So, klappt das so vielleicht besser? Wie viel Blut meines Volkes muss ich noch vergessen, bis wir endlich geeint sind? So, die sind hinüber. So, die sind hinüber. So, die sind hinüber. So, die sind hinüber. Die Erkenntnis kommt etwas spät, aber sie ist hilfreich. Also, ja, Chaosgewölbe, Chaosknoten. Sehr viel Chaos auf jeden Fall. Ach, ein Chaosaltar, okay. Also, das ist der Knoten. So, 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 die wollen nämlich noch was von dem Lidschturm haben. Ich wünsche, ich müsste nicht gegen meine Brüder kämpfen. So, ich habe die Rebellen zerschmettert. Ich würde aber sagen, wir kümmern uns auch um den Rest hier noch, so wie ihr seht. Chaosaltar, Chaosgewölbe, Quicksave vor allem an, wichtig. See? Yoho! At last! Yoho! At last! Are we going to fight or what? Tear them to pieces! Me! Blood! Grrrr! Mal gucken, ob wir denen was rausloggen können. Mal gucken, ob wir denen was rausloggen können. Mal gucken, ob wir denen was rausloggen können. Jo, konnten wir. So, den Chaos-Knoten sollten wir befriedet haben. Das Chaos-Gewölbe ist auch da und jetzt noch der Chaos-Altar. Gold hauptsächlich. Oh, wir haben wieder einen Heerführer verloren, was aber nicht so schlimm ist, können wir ja ersetzen. Oh ja, damit sind wir mit der Ecke auch fertig. Das heißt, es bleibt eigentlich nur das Zeug hier und das Virus, was wir töten müssten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da hängst du schon wieder? Ah, da hinten. Aber du kommst gut. Du hast sie von selber befreien können. Warten wir mal, bis du da bist. Und? Du denkst, das ist schlecht? At last! Are we going to fight or what? So, das hört sich dann ab. At last! You've demonstrated your power, Chosen One. My clan will join you in the war against the Human Empire. That's the devotion I expect from my soldiers. Now that all the clans of the Eastern Swamps are under my command, it's time to talk to the Elves. Together we'll crush the northern towns of the Empire. You are a born leader, Berylis. We'll fight side by side against the humans. Your fearless berserkers and our indefatigable archers will throw the Empire into the Ocean of Chaos. I hope we won't join them. We have the great advantage of surprise over the Imperial Army. They are not expecting us. We'll take them unawares. Let's destroy the Imperial Outpost in the south first. Before we set out, I will teach you our magic. Consider it a gift from our Sages. And your time shall beets. So. Das heißt, wir haben jetzt… Jo. Elementarmagie. Ähm… Da hätte ich eigentlich hauptsächlich das hier gerne… Das, das, die drei eigentlich nur. So. Gut, jetzt sollen wir den Außenposten zerstören. Mal wieder. Da kommt der Autosave, okay. Oh, Spieler, hängt da wieder mal fest. Ach ja, die Baxi, die will spielen, ey. Naja, jetzt machen wir das hier kaputt, dass wir Svirs die, dass die Klopenauge bringen. Dann machen wir Svirs kaputt, damit wir den Schamanen, äh, hier, Goblin, zufriedenstellen. Du denkst, das ist schlecht? Us? Ich bin jetzt unter deinem Kommand. Ich wurde auf die Straße für Messengen zum Empire verursacht. Gute Idee. Nicht geben sie eine Chance, die regularische Armee zu warnen. Okay. Noch mehr Truppen für uns. Why did you get involved in the war, Aron? It was my father's will, and I couldn't disobey. You know our laws, Dahlia. I hate wars. I hope my friends and kinfolk will come out of this alive. You'll have plenty of time to talk on the God's Mountain after you die. We have more important things to do now. The Messengers are coming. Okay, wir müssen hier die Boten, den Boten aufhalten. Der gleich hier rein spazieren wird. Ah, das waren tatsächlich noch Quests für die Stadt. Habe ich irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Our arrows will hit your target. Okay. What are we going to do? What are we going to do? In die Stadt will ich rein. So, das können wir weg, das können wir weg. Eine Wissensschriftrolle für dich. So, ihr habt jetzt auch Stufe 3 erreicht. So, die ganze Nahrung können wir verkaufen. Das Holz können wir verkaufen. Now what? Are we going to raid this village? At last. That's bad. That's bad. Grr. Grr.